Willkommen zu den Fortnite Daily News und heute geht es um den Honor Skin für alle so wie es aussieht dann natürlich die Digging Sites also die Ausgrabungsstätten haben sich erweitert und April Fool Jokes also die erste April Jokes für Fortnite da gibt es einige zu berichten die da gestern beziehungsweise vorgestern passiert sind absolut crazy und noch ein paar andere Sachen ich würde sagen wir fangen direkt mit den ersten News an so also erstmal heute ist der Bogen hier rausbekommen der Explosive Bogen ist da können wir gleich alle zusammen testen bei mir bei den Custom Games wenn ihr Bock habt reinzuschauen ungefähr so 15 15 30 circa fange ich an das heißt da könnt ihr gerne mit reinkommen können wir gerne mal testen zusammen ich bin echt gespannt wie der sich im Spiel verhält und ob es ein Overpart Waffe wird oder ob die ganz gut gebalanced ist schauen wir mal auf jeden Fall die ist ab heute drin ja dann in den nächsten News geht es um die Ausgrabungsstätte denn die haben sich jetzt erweitert beziehungsweise die haben jetzt angefangen bei das die wir hier sehen könnte im Hintergrund das heißt ich bin gespannt was wir da sehen werden sobald die da fertig sind ob wir da dann genau wieder Kisten sehen werden und ein Geysir der rauskommt oder ob wir tatsächlich das finden wonach sie wirklich suchen und die Theorien sagen ja sie suchen nach den Hop Rocks die wir aus der Season 4 kennen wer die noch kennt oder wer da noch gespielt hat in der Season 4 der wird wissen wovon ich rede sehr interessant ich bin gespannt ob wir da so Überreste vom Kevin den Küb noch finden oder so oder ob wir da generell Dinge finden die dann ja zum Story Ende sozusagen führen von dieser aktuellen Season ja einige werden ihn noch kennen einige werden sich den schon geholt haben im Internet der Honor Guard Skin der rausgekommen ist in einer sozusagen Kombination mit Honor beziehungsweise dem Honor View 20 bei der Präsentation von Honor ist er vorgestellt worden und man konnte diesen sozusagen bekommen ähnlich wie bei dem Galaxy Skin mit einem neuesten Galaxy hier dann mit einem neuen Honor View 20 das Ding ist der ist verkauft worden weil es einen Exploit gab extrem viel über das Internet Instagram Twitter und so weiter und so fort da gab es einen großen Exploit der ist gepatcht worden ein paar mal und jetzt ist es wieder soweit dass er gepatcht worden ist das heißt es sieht so aus dass man alle die denn tatsächlich illegal geholt haben und tatsächlich auch legal geholt haben weil einige sind wohl auch betroffen gewesen diesen Skin tatsächlich jetzt verloren haben und der ist komplett disabled worden dazu gibt es auch noch eine interessante E-Mail also Grüße gehen heraus an Rising auf Twitter der das hier gepostet hat und zwar eine E-Mail Konversation mit Epic Games so wie es aussieht die darauf geantwortet haben hey wie sieht es eigentlich aus wird der Honor Skin nochmal wiederkommen ist er jetzt rausgenommen worden und ja tatsächlich er ist rausgenommen worden und zwar für alle während sie gerade daran arbeiten an einem neuen System sozusagen für alle Originalbesitzer des Honor View 20 den Honor Skin wieder zurückzuholen das heißt also kauft euch kein Skin im Internet irgendwo wo ihr denkt hey cool ich kann den bekommen ohne mir ein 1000 Euro Handy zu kaufen oder so es wird wahrscheinlich so sein dass ihr eventuell euren Account verliert oder tatsächlich euren Skin wieder verliert und dann 1000 Euro in den Sand gesetzt habt oder wie viel Geld auch immer ihr ausgegeben habt für irgendeinen Skin also macht es am besten nicht die Gefahr ist zu hoch dass ihr da euren Skin wieder verliert so und zum Ende möchte ich noch mal die ganzen Fortnite bezogenen April Fool Jokes hier zeigen zum einen hatten wir hier Fortnite X Minecraft was gestern kursiert ist richtig crazy also da gab es einige Leute die recht kreativ waren und einige Leute die das richtig gut gemacht haben also Fortnite X Minecraft okay das sah schon ein bisschen gefakt aus das konnte man dann tatsächlich sehen dass das dann nicht real ist als nächstes hatten wir das hier was irgendwie rotiert ist und zwar Siphon Settings Return also genau das was eigentlich alle wieder wollten dass wir ja ich sag mal die alten Settings wieder bekommen vor dem Update dass man wieder Schild und wieder Energie bekommt passend dazu zu den also zu dem zu dem Thema Revert was gerade im Internet kursiert also richtig nice dass das auch noch mal reingebracht worden ist dann gab es von Squadding Dog das ist derjenige Grüße gehen noch mal raus der immer wieder diese geilen Sheets hier rausbringt wo man reingucken kann was gerade als Wochen Challenge aktuell ist und hier gab es was geiles und zwar die Lava Challenges also richtig geil so hidden Lava Challenges absolut nice wie man da Sachen holen sollte und so vor allem der versteckte Stern und so auch cool gemacht und ähm dann gab es das hier von Lucas7 Yoshi was ziemlich nice war und zwar ähm hat er hier selber was geschrieben und zwar war äh 8.10 steht hier Season 1 Season Shop und hier geht es um den Renegade Raider äh und äh da drunter dann die Zeile 8.2 also mit dem Update was dann gekommen ist in den Item Shop also dass da sozusagen Update äh passiert wäre und dass wir den Renegade Raider bald wieder im Shop sehen auch richtig nice haben auch einige geglaubt soweit ich das mitbekommen habe richtig verrückt und als letztes gab es das hier ähm okay da hätte man schon sehen müssen dass das weird ist äh wegen dem John Wick Returns und dem Aimbot aber auf der linken Seite ähm Free V-Bucks ist natürlich eine Sache gewesen ähm die interessant war denn viele Leute haben das ausgenutzt gestern und sind natürlich damit äh weggekommen sozusagen weil ja gestern äh 1. April war aber im Grunde war es absoluter fucking Clickbait der gestern passiert ist und zwar gab es das Gerücht dass man 1000 V-Bucks irgendwie bekommt wenn man äh einen Creator Code eingibt egal welchen also verrückte Sachen auf jeden Fall äh die gestern passiert sind ihr könnt ja gerne mal reinschreiben ähm ob ihr auf irgendeinen der Sachen reingefallen seid ob ihr irgendwas geglaubt habt oder ob es irgendwas gegeben hat was ich jetzt hier nicht erwähnt habe was ihr ziemlich geil fand was Fortnite bezogen war so jetzt aber zu guter Letzt da gibt es nämlich noch eine Sache die ich erwähnen möchte und zwar habe ich das hier gefunden bei äh Ponzip auf Reddit und zwar geht es hier um diese ganze Siphon Sache beziehungsweise dieses Update was gekommen ist dass man keine 50 extra Leben mehr bekommt und keine 50 extra Schild mehr bekommt wenn man jemanden killt was ihr alle wieder haben möchten beziehungsweise alle wieder reverted haben möchten gibt es hier ein geiles Konzept und zwar nennt er das ganze Adrenalin er sagt hey es ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip also du killst jemanden und bekommst dafür 50 Health das ganze nennen wir allerdings die Adrenalin aber es ist auch nur auf 50 extra Health äh gecappt auf 100 das heißt also wenn ihr 50 Leben habt wie hier in diesem Beispiel was im Hintergrund zeigt und ihr killt jemanden dann kommt ihr auf 100 Leben und das war's weiter geht es nicht das heißt also wenn ihr jetzt noch jemanden killen würdet normalerweise im Siphon Update also in dem was vorher war hättet ihr 150 haben können das war sozusagen der Cap würde es hier nicht geben das heißt Maximum 100 und auch nur Leben nicht auf Schild bezogen sehr sehr nice wie ich finde wäre ein cooler Kompromiss ihr könnt ihr gerne mal reinschreiben ob die Leute von euch die sagen wir mal sehr kritisch sind und sagen okay das Siphon Update war richtig nice dass es da irgendwie die Möglichkeit gab 50 Schild zu bekommen 50 Health zu bekommen für alle Spieler die auf Kills gegangen sind werdet ihr damit einverstanden wenn sowas reinkommen würde wäre das ein cooler Kompromiss oder sagt ihr ne auf gar keinen Fall wir wollen keinen Kompromiss wir wollen das alte Update wieder zurück so damit bin ich am Ende meines Videos für heute und ihr könnt gerne mal reinschreiben was ihr von den ganzen Themen haltet vor allem zum Honor Skin da möchte ich nochmal nachtragen dass es wohl so sein kann dass das neue ja Redemption System beziehungsweise das System sein wird wie man das Ganze nochmal bekommen kann wohl auch so sein kann dass das Ganze irgendwie auch rausgebracht werden kann in den Shop und dann sozusagen alle Erlöse dann an Honor gehen das könnte auch sein dass sowas reinkommt denn diese Methoden dass das immer wieder gepatcht werden muss natürlich schon nervig für Epic denke ich mal und auch für Honor und auch für alle anderen die tatsächlich original den Skin haben möchten durch das Handy aber ja genereller Tipp gilt immer kauft euch keine Skins im Internet denn kann immer irgendein Shit passieren mit oder mit eurem Account deswegen geht das Risiko auf gar keinen Fall ein und natürlich schreibt doch gerne eure Meinung zu anderen Themen hin vor allem auch zum letzten Thema mit Adrenalin da wäre ich mal auf jeden Fall gespannt was ihr dazu schreibt vor allem die Leute die immer Revert wieder haben wollen da würde ich gerne mal wissen ob das ein cooler Kompromiss für euch wäre und gerne auch zu allen anderen Themen also wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne ein Like da lasst gerne ein Sub da unterstützt mich gern mit dem Crater Code wenn Snipes dann hören wir uns morgen zu neun Episode also bis dahin ciao ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal